Ich bin auf die Firma Limes gekommen und zwar deswegen, weil wir haben da früher nur da vorne so eine Holzkonstruktion gehabt, so einen Holzzaun und ansonsten noch keine Einfahrtsdauer und nichts. Und wir wollten etwas Beständiges, da haben wir nicht immer streichen müssen und so. Und dann bin ich zu unserer Schlosserei Köhl gegangen im Bordhaussee, weil mir gedacht habe, die können bestimmt aus Alu oder irgendwas einen Zaun machen, der eben länger beständig ist. Und eigentlich durch Herrn Köhl, den Chef von der Schlosserei, bin ich dann auf die Firma Limes gekommen, weil er gesagt hat, er macht sowas nicht, aber er kann mir die Firma Limes in Lirzen sehr ans Herz legen. Und darum bin ich zur Firma Limes gekommen. Und das Ganze ist dann so abgelaufen, ich bin da mit meinem Mann rausgefahren zur Firma. Da sind wir schon vom Chef von Herrn Blamenig sehr professionell und alles beraten worden und das hat auch gut hingehaut, die ganze Vorbereitung und alles. Bei uns hat sich leider dann ein bisschen ein Problem eingeschlichen, weil wir ja graben haben müssen und da haben wir wieder eine Baufirma gebraucht und da hat es dann ein bisschen Terminverzögerungen gegeben, aber wie gesagt, das ist aufgrund von der Baufirma dann gewesen. Ja und dann die ganze Vorbereitung und alles und die ganze Planung, das hat alles super hingehaut und auch die Bauausführung. Also wie gesagt, wir sind rundherum sehr zufrieden. Die paar Problemchen, Probleme waren es keine Problemchen, was wir noch gehabt haben, haben. Das hat sich aber bei uns dadurch ergeben, eben weil dann das mit der Baufirma die Arbeit nicht so hingehaut haben und dann halt noch ein paar kleinere Kleinigkeiten, was dann nicht so funktioniert haben am Anfang, wie es sein sollte. Aber das ist halt auch schwierig, weil wir da so eine Steigung drauf haben und da war das dann mit dem Einstellen vom Garagentor und so, das war dann noch ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, es ist alles total super gelaufen. Heute vor Mittag war noch der Monteur da, der hat noch das letzte gemacht und wir sind voll zufrieden, muss ich sagen. Und das ist ganz klar, wenn jemand wieder so ein Zaunprojekt machen würde in unseren Nachbars-, Freundeskreis, Bekanntenkreis, Verwandtschaftskreis, würde ich ehrlich gesagt die Firma Limes echt total weiterempfüllen. Also weil alles, weil wirklich alles passt dort eigentlich. Und die Sachen, ich meine, es ist bei jedem Bauvorhaber so, dass irgendwo wieder was dazwischen kommt und das war halt da auch, aber das hat alles, es hat zwar dann alles ein wenig länger dauert, sagen wir so, aber wie der Herr Blamenig damals schon Ende Mai gesagt hat, bis das zuschneibt, wird der Tisch schon fertig sein. Und so ist es.